Hallo und herzlich willkommen zu Police Simulator Patrol Duty, einem Polizeisimulator und wir werden jetzt der Polizei beitreten. Und das ist gut. Wir werden unsere Macht nicht missbrauchen. Okay, Auszeichnungen, Einsätze haben wir alles noch nicht. Wir starten eine ganz neue Karriere. Rachel Stiles oder Phil Jones? Okay, wir sind Rachel Stiles. Aha, mit Gemeinden, Recht und Ordnung aufrecht zu halten, die Bürger und ihr Eigentum zu schützen, Verbrechen zu verhindern und die öffentliche Sicherheit zu gewährleisten. Wir werden natürlich unsere eigene Karriere machen. Der Käpt'n mag es gar nicht, gestört zu werden, aber du kannst doch das eine oder andere von ihnen lernen. Polizei Sirenen. Nachladen, Grüße, P. Okay. Notruf ablehnen. Okay, das merke ich mit Z. Äh, das ist Y, das ist englische Tastatur. Notruf annehmen? Kann man das? Okay, keine Ahnung. Grüße. Hallo. 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 Oh, der antwortet auch. Die auch? Hallo. Hallo. Sorry. Äh, melden Sie vom Computer an. Machen wir gleich. Die Steuerung ist ein bisschen... Aha. Was? Melde dich an, um Einsätze anzunehmen. Du musst am Computer, Polizei... Okay, okay. Habe ich ja schon verstanden, Mann. Na gut. Ich wollte mich hier umgucken. Okay, machen wir später. Hey, ich mach wieder auf. Wir sind die Polizistin, Mann. Ihr anmelden. Okay. You were involved in a car accident? Oh, der hat einen Hans-Ber-Kind. Wir sind der Polizei-Depp. Steht da. Was kann ich dafür? Äh, Auftrag. Aha. Verdächtiger individuiert Port Pelikan, Cloverleaf, Verkehrsdienst, Downtown. Was wollen wir anfangen? Wir fangen erstmal mit dem langweiligen an. Verkehrsdienst, Downtown. Wir werden das schon spannend machen. Benötigt die Geräte, Gürtel, Handheld, Pfefferspray, Signalweste, Diashi, Autoschlüssel, Taschenlampe, Taser, Radar-Pistole. Aha. Keine Knarre? Suchen Sie die Falschfagen in Park in den Fahrzeug und stellen Sie Strafzettel aus. Lock ihn off. Am Tatort ange... Es spricht mit Kollegen und Bürgern. Aha. Man kann auch mit Bürgern reden. Aber die sind alle verdächtig. Du bist auch verdächtig. Was? Das ist zentral. Das ist... Remember, dass du eine限artige Zeit hast, um zu einer Erdbehandlung zu reagieren. Wenn du nicht antwortest, dann jemand anderes wird. Wir gucken sie nicht mal an. Natürlich. Wir können niemanden zu riskieren. Alles klar, Rache. Wir haben unsere eigene Stimme. Wie geil ist das denn? Hallo. Ich weiß nicht, wenn du diese Frage jetzt noch stellen musst, nachdem du schon im Polizeidienst bist, bist du vielleicht falsch im Polizeidienst. Waffenkammer. Ah, wir können in die Waffenkammer. Okay, Armory. Hier ist die Armory. Und Labor. Was gibt es denn hier? Hallo, meine Freunde. Weiß. Weiß. Ach, mein... Ausgespissen. Aber da scheint dann das CSI Labor zu sein. Okay, dann gehen wir zum... Warte mal. Warum hängt hier denn die Cappy an? Die Cappy an? Jo, Bruder. Gib mir mal was. Moin. Okay. Halt die Fresse her damit. Ich will es mit mir. 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 Ausrüsten. Alles falsch. Alles falsch. Und sehen wir so aus. Aha. Handschellen, um Kriminelle zu verhaften und für andere Dinge. Wir wissen Bescheid. Okay. Findet... Äh... Die eine Berechtigung erfordern. Die aber so eine Knarre haben. Und so einen Schlagstock. Hätt er mit. Scheiße, wir kommen da nicht rum. Can I help you with something? Yeah, ich... I'm okay. Thanks. Warum schweben hier... Gerade waren da... Okay. Wie sagt das? La la la. Best Programmier-Zu-Spiel der Welt. Okay. Bevor wir den Busdingen gehen, wir erstmal aufs Klo. Ach. Das ist gar nicht das Klo. Ach. Das ist auch... Iiii. Stell dir mal vor, hier geht irgendwer kacken und ihr zieht euch hier um und der ganze Duft vom Kacken kommt da rein. Heide-Rate-Your-Buddy. Hä? Aber... Schreibt man das nicht mit Übzeler? Aha. Was haben wir denn hier? Wir gehen jetzt erstmal duschen in Klamotten. Irgendwie nicht, weil wir da nicht reinkommen. Wir schauen uns im Spiegel an. Und kommt euch diesen supergeilen Spiegel. Ey, es spiegelt wirklich. Hallo. Gut sehen wir aus. Autsch. Ja gut, dass man hier rein kann. Auch wenn man gerade nichts machen könnte. Parking. Was war denn? Bei den Jungs schauen wir auch nochmal rein. Diese Polizisten, ihr seid alle unter Verdacht, Freunde. Und die haben denselben Scheiß. Guck mal. Trinkt ihr hier einen Top oder was? Okay. La la la. Lobby. Parking. Polizisten. Okay. Yashi. Okay. Du findest das... Okay. Wir kriegen auch noch andere Pfeil. Mobilität und Medikation. Ja, ja. Jetzt kommt der GTA-Teil. Was ist denn hier ein Yashi? Und Yashi? Hallo? Besperrt. Was ist denn? Bist du in Yashi? Besperrt. Überlaufen? Jawoll. Du bist der Yashi, dann, ne? Jawoll. Was? Laptop verwenden mit linker Maus. Was für ein Laptop? Aus dem Weg. Ja, lauf. Ey, ich hab Vorfahrt. Alter, die Fresse. Ich hab immer Vorfahrt. Ey. Alter, hört doch nicht an. Scheiße, oder was? Wir bedürfen das. Was? Was ist denn? Ich hab's hier sehr gut. Vitals sind low. We need to hurry. Wieder raus. We need to move quickly. Hallo? This is central attentional units. A thief pretending to work for a moving company has escaped with a truck full of stolen electronic appliances. Wie komm ich raus? Wie komm ich raus? Ähm. Y. Q. I? Ähm. Ich komm nicht mehr raus. Müssen wir das im Auto machen? Können wir nicht aussteigen? Ich will aussteigen. Moment. Äh. Multiplayer-Zachen. Sehr geil. Ähm. Boah, und Drax. Ich will aussteigen, verdammt, Mann. Video, jajaja. Playstation-Multiplayer. Playstation-Multiplayer. Okay. Äh. Ich will aussteigen. Einstellung, Steuerung. Aus-steigen. Zieh. Können wir doch nicht mal riechen. Jaja. Ey, bleib stehen. Bleib stehen. Die Polizei. Ja. 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 Festnehmen. Reden. Abtasten. Information prüfen. Keine Aufzeichnung. Okay. Wo denn? Observer. Ja. Äh. Information. Festnehmen. Nein. Abtasten. die polizei jetzt frisky hat sie ab wenn man sie jetzt die haut ab oder polizei hallo niemals für der polizei ab stehten bin ich mehr mit ihr interagieren das kurze so ist mit ihr hier es strafzettel schreiben information fahren alle dasselbe auto wie wir das gefällt mir nicht so strafft 50 punkte dafür dass wir diese sau geld abgeknüpft haben alles klar und jetzt aussteigen hallo schichtzeit läuft weiter ja gut maus funktioniert einfach nicht mehr hallo hallo irgendwelche tasten es geht funktioniert auch nicht mehr ja ich würde sagen freunde dann halten wir diese unsere unglaubliche polizei karriere an dieser stelle an und machen wir im nächsten mal weiter wie ihr seht wir sind unglaublich erfolgreich haben schon 50 punkte von 1000 und wir werden schon noch leuten zeigen wer jeder boss ist macht es gut bei der nächsten bis zur nächsten folge von police simulator und ich guck mal die läuft immer noch herum bis zum nächsten mal macht es gut